Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim und... Oh, das ist keine angenehme Überraschung. Was willst du, Junge, hä? Was willst du, Mann, hä? Wow, holy shit, was ist denn wieder näher? What? What's happening, dude? Oh, die haben mich jetzt kalt erwischt, muss ich sagen. Heilige Scheiße, die haben mich richtig kalt erwischt. Aber wo ist der Drache? Jetzt weiß ich es nicht. Da schießt noch jemand. Ach, der Drache greift mich gerne da. Lol. Alter, der Typ in den Busch, holy shit, ich habe ihn jetzt legit nicht mehr gesehen. What the fuck? Okay, ignorieren wir es einfach. Also, hätten wir jetzt eine dunkle Szenerie, das war eigentlich das, was ich sagen würde. What the fuck is happening? Dann würdet ihr mich fast nicht zählen, das ist seit fucking 15.44. Also, ich meine, klar, ich habe Rollo und Vorhang ein bisschen vorgezogen, beziehungsweise runtergelassen, aber anders würde das Fenster halt zu krass blenden, aber das ist echt heftig, also. Und die Uhrzeit musst du hier quasi schon schottendicht machen, was einfach so dunkel ist. Und der hat Elfenpfeile oder Zwergenpfeile, die brauche ich. Nein, Orkische Pfeile sind das. Genau. Wir sind auf der Suche nach dieser komischen Energiequelle, die uns in dem Brief von einem Freund, äh, ja, netterweise berichtet wurde. Apropos, den Brief werfen wir gleich mal weg, weil, ja, brauchen wir ja nicht aufheben, ist ja sinnlos. So, das nimmt einfach nur Platz weg und später weiß man dann nicht, ob man es noch braucht oder nicht. Oh, ein Säbelzahntiger, den müssen wir tatsächlich sogar erledigen, weil, das brauchen wir für unsere Heim. Wir brauchen den Pelz und einen Zahn. Hat er natürlich nicht, aber Auge, glaube ich, auch. Hier sitzt ein Drachenhort, leider. Fuchspelz brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich bin mir ehrlich, ich sage, ich bin 100% sicher, wir nehmen es einfach mit. Ja, jetzt hat es wenigstens einen Sinn, dass wir jagen. Na gut, Kaninchen werden wir nicht. Was ist denn hier überhaupt ein Drache? Hey, hier soll ein Drachending sein. Fuck, wir sind quasi direkt davor. Ach, das ist Safecoe, das, wo ich jetzt hingehe, todsicher. Eine Energiequelle, das ist doch immer das, das war doch beim letzten Ding auch, da war doch dann innen drin ein Wort der Macht, also so ein Schrein und das war dann die merkwürdige Energiequelle und hier ist jetzt halt in dem Fall das Ding, wo der Drache halt bewacht, quasi. Okay, übertreib. Ja, bei oder auch nicht, aber ich hätte es eigentlich schon ziemlich sicher gesagt. What happened here? Oha, Alter. Ja, ist schon geil, wenn man ein höheres Level hat, findet man nur noch geile Zaubertränke. Die haben halt auch dann wirklich was bringen. Das ist schon gut und das hört sich nach einem Bären an. Oh, das dürften zwei, Alter, zwei Schneebären. Die Störung verbessert auf 78. Ah, nein! Ich wollte es gerade sagen, ich habe noch den falschen Schrei drin. Holy shit, das war knapp. Naja, ich wollte nämlich gerade unerbittliche Macht machen, deswegen habe ich den quasi so dämlich angeguckt und nicht mehr gegen ihn gekämpft, weil ich den eigentlich wegschleudern wollte, aber das hat dann nicht wirklich funktioniert, wie ihr gesehen habt. Genau. Was ist das hier? Oha! Äh, was? Hä, wie kommt man da rein? What? Oh. RIP this guy, boys. RIP this guy. RIP this guy. Nope. Kommen wir echt nur durch dieses eine Ding durch. Das ist ein bisschen unlogisch, aber ja, passt schon. So, ich habe echt zwar keine Ahnung, wo wir hingehen. Also ich weiß echt nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass es der Drachenschrein ist, aber der ist jetzt mittler- Ja, wobei, ne, 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 ne meint. Okay, ich frage mich auch gerade, wo gehen wir eigentlich hin? Hä? Dann war das das? Dann hätte ich hier gar nicht hingehen müssen. Aber das, wo wir gerade sind, ist eigentlich so cool. Deswegen erjnt mich gerade, dass ich falsch gelaufen bin. Aber ja, das ist doch das Drachending, ich wusste es doch. Ich dachte halt, dass der Weg hier logischerweise dann dahin führt, wenn es zu einer Quest gehört, aber das war dann offensichtlich ein Fehler. Aber, klug wie ich bin, wusste ich natürlich, denn ich wollte den Drachen von hinten angreifen. Oh wow, das ist eh nur ein normaler Drache. Das ist ja quasi, das ist ja niemand mehr ein Gegner für eine Zweihandwaffe. Aber holy shit, ist das ja einfach eine Burg. Seit wann hocken Drachen auf Burgen drauf? Schon mal sein Tuum nehmen. Oh wow, ist der schnell weggeflogen. Herbstwachtturm. Der Körper der Werwölfe, das klingt interessant, das nehmen wir. Na, ich loot jetzt erstmal. Schon wieder 25 Schaden, die ist also dann sau wenig wert und ja, die nehme ich gar nicht mit. Das ist ja nicht mal, das ist die Mühe ja nicht wert. Komm her, Boy. Wäre krass, wenn man den so aus der Luft toten könnte. Also, dass du ihn in der Luft quasi erledigst. Wobei, wenn du stark genug bist, kannst du das ja theoretisch. Aber gut, da muss er schon echt viel Schaden machen. Holy shit, what the fuck is going on? Ich will, dass das Spiel nie Fehler hatte. Oh oh. Ich kriege durch den Sturz mehr Schaden als durch den Drachen. Aua. Sorry, Bro. Aber du warst leider eine merkwürdige Machtquelle. Tut mir echt leid. Wenn es noch mir ginge, würde ich keine Drachen töten. Ich würde selbst eine Drache wählen. Oh ja. Schmiede, Hammer und Amboss, das kennen wir schon. Ja, und dann war es das eh. Na gut, war jetzt aber nicht viel. Und ja, das war es halt schon. Also es gibt nicht mal dann eine Folgequest quasi dazu. Aber gut, wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Das ist voll die gute Idee. Okay, so kann man so einen Turm deutlich windfester machen, indem man da so einen Lederfoss vor die Öffnung entspannt. Ich habe noch nie... Oh, okay. Das ist ein Fertigkeitsbuch, weil es 50 kostet. Alright, dann haben wir das erledigt. Dann hätte ich gesagt, machen wir jetzt noch das mit den Bürgern von Falkenring helfen. Weil der Jarl will uns ja noch zum Tane machen, also der Jarl von Falkenring. Und damit wir uns diese Ehre auch verdienen und wir in seinem Reich bekannt sind, müssen wir noch ein paar gesetzestreuen Bürgern ein bisschen helfen. Das heißt, das Erste wäre eigentlich, diesen Hund zu finden. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist das ziemlich nervig, weil der läuft zwar da irgendwo rum, aber das ist ziemlich blöd. Ja, der Bürger wird vielleicht nervös, wenn 10 Wachen auf einmal am Stadttor stehen. Holy shit. Dann gucken wir mal. Ja. Werde dir ihn umbringen? Du, da hast doch bestimmt eine Quest für mich. Ich war einmal Jarl, aber man hat mich zum Rücktritt gedrängt, als ich Partei für die Sturmmäntel ergriffen habe. Das war eine kaiserliche Intrige, sage ich euch. Ihr sagt, es gibt eine Verschwörung gegen euch? Nicht gegen mich, gegen ganz Falkenring. Diese kaiserlichen Knilche spionieren uns alle aus. Letzte Nacht habe ich Loth den Schmied einen Brief schreiben sehen. Wahrscheinlich eine Botschaft für Einsamkeit und General Tullius. Seid ihr Himmelsrand treu ergeben? Brecht ihn Loths Haus ein und besorgt diesen Brief. So soll es geschehen. Gut. Ihr sagt, ihr war früher der Jarl? Ja, vor nicht allzu langer Zeit. Manche erzählen euch vielleicht, dass ich aufgrund meines hohen Alters abgedankt habe. In Wahrheit habe ich herausgefunden, dass es in Falkenring von kaiserlichen Spionen wimmelte. Sie haben die richtigen Leute geschmiert und sich Freunde gekauft. Plötzlich wurde unter den Adeligen der Rumpf nach einem neuen Jahr laut, während in ihren Taschen kaiserliche Septime klimperten. Sie ernannten mich zum Tage und ersetzten mich durch meinen Neffen Siddgeier. Der ist ein wahrer Freund Siddgeier, nicht Siddgeier. Passt auf, was ihr sagt. Das Kaiserreich hat in der ganzen Stadt Ohren. Okay. Chill out, dude. Sprich mit Loth und... ...stiehl den Gefreitenbrief. Was für eine Überraschung. Beide sind Loths Haus. Ja, ich speichere einfach hier ab. Und dann brechen wir mal ein. Vielleicht checkt das ja nicht. Wenn er schläft. Oh. Ich sage es euch zum letzten Mal. Haut jetzt ab. Ihr habt ja nichts verloren. Wachen. Chill out, dude. Kurz gucken, ob die mich jetzt verhaften wollen. Ich habe großen Respekt vor der Schule, der wiederherstellt. Ja gut, dann müssen wir einfach warten, bis der Typ in der Schmiede arbeitet. Ich schätze mal so 10 Uhr müsste eigentlich reichen. Das gibt's ja nicht. Arbeitest du nicht, Loth? Was ist denn los, Lothie-Boy? Jetzt legt er sich schlafen. Oh fuck. Ah, da ist der Brief. Ihr habt ja nichts zu suchen. Ja, dann steh halt auf, Alter. Und schließ dein Haus ab, wenn du nicht willst, dass einer reinkommt. Meine Fresse. Was ist das denn für eine schnippische Diva? Da bricht man zweimal in sein Haus ein und der ist gleich mad auf mich. Okay, jetzt holen wir uns erstmal den... Oh, bye. Ja, doch. Alter Freund, ich brauche ein sämtliches Eisennherz, das ihr ausbudgen könnt. Das ist doppelt ja die übliche Menge. Ich weiß, die Mine wirft nicht mehr so viel ab wie früher, aber ich zahle euch auch einen Aufpreis. Okay, entweder ist das eine verschlüsselte Botschaft. Oder... Der alte Sack ist einfach nur senil. Nein, Spaß. Eigentlich ist der voll cool. Hast du denn Hund auf der Straße gesehen? Nein, tut mir leid, ich habe keinen Hund gesehen. Auf der Straße läuft einer rum. Ich schaffe es nicht, ihn zu fangen. Könnte aber ein wildes, treues Tier als Begleitung gebrauchen. Wenn ihr ihn für mich fangen wollt, gebe ich euch frisches Fleisch, damit ihr ihn auf der Straße anlocken könnt. Hä? Ich könnte mich überreden lassen, ihn zu fangen. Ein kluger Mann verlangt im Voraus etwas für seine Arbeit. Etwas Gold jetzt. Und etwas, wenn ich meinen Hund habe. Also. Haha, nice. Die Belohnung schon vorher kassiert, Alter. Verdammt bin ich gut. Hier ist Loth's Brief. Etwa irgendeine Chiffre? Brauche so viel Eisenerz, wie ihr ausbuddeln könnt. Er spioniert zwar nicht, aber damit steht fest, dass das Kaiserreich Loth neue Schwerte und Rüstungen schmieden lässt. Gute Arbeit. Nehmt das. Was genau braucht ihr von mir? Ihr habt vielleicht das offene Grab in unserem Friedhof bemerkt. Die meisten Leute hier glauben, es handele sich um das Werk eines Leichendiebs. Aber die Wahrheit ist weniger angenehm. Es ist... Zombies. Das Grab von Vigar, meinem eigenen Vorfahren, der seit Jahrhunderten tot ist. Er ist auch ein Vampir. Meiner Familie obliegt es dafür zu sorgen, dass er unter der Erde bleibt. Doch vor kurzem wurde der Schutzstein gestohlen und Vigar entkam. Und ihr wollt, dass ich den Schutzstein finde? Nein. Für den Schutzstein ist es zu spät. Vigar muss vernichtet werden. Falls das herauskommt, würde meine Familie großer Schmach erleiden. Ich werde dafür sorgen, dass Vigar zerstört wird. Gut. Er wird geflohen sein, um seine Artgenossen um sich zu scharen. Nice. Oha. Das ist eine chillige Quest, Alter. Ein Vampir jagen, Alter. Richtig geil. Also, meine ich jetzt ernst. Das ist ja richtig chillig. Ich muss nur mal kurz gucken mit dem Hund. Ich finde den Hund vor Falkenring. Hat sogar eine Markierung. Sonst wäre ich jetzt einfach die Straßen abgelaufen. Oh. Ah, da ist er ja. Okay. Habt ihr gerade etwas gesagt? In den Himmelsrand leben jetzt riesige fliegende Ecken. Und zweibeinige Katzenmenschen. Und über mich wundert ihr euch? Ja, ich habe gerade gesprochen. True. Das werde ich auch weiterhin tun. Wisst ihr, mein Name ist Barbas. Und ich habe ein Problem, bei dem ihr mir vermutlich helfen könnt. Zählt das auch als Einwohner von Himmelsrand? Wobei, wobei sollte ein Hund Hilfe benötigen? Mein Meister und ich hatten sozusagen ein Zerwürfnis. Wir sind in Streit geraten und die Dinge wurden etwas hitzig. Er hat mich rausgeworfen, bis ich jemanden finde, der unsere Meinungsverschiedenheit beilegen kann. Und hier kommt ihr ins Spiel. Hört sich einfach an, machen wir uns auf die Suche. Nachdem er mich verbannt hat, ist Wiedel ziemlich schwach. Er kann sich nicht sehr weit von seinen Scheunen entfernt manifestieren. Ich weiß, es gibt einen Kult, der ihn bei Hemers Schande verehrt. Dort können wir sicher mit ihm reden. Wenn das gelingt, sorge ich dafür, dass ihr belohnt werdet. Traut nur keinem Angebot, das euch macht. In Ordnung? Der beste Freund eines Dädra. Na gut, dann machen wir das zuerst. Dann machen wir das mit dem Vampir danach. Dann haben wir das eh schon erledigt. Dann sind wir schon Tane. Beziehungsweise wir werden Tane. Na genau. Tritt mal ein bisschen aufs Gas, Boy. Ich bin hier der Mensch, du bist hier der Hund. Ich und mein Hund Babas, wir sind auf der Reise nach einem Schrein von Caivitius. Blablabla. Blablabla. Oh. Wow, what the fuck? Alter, Third Person ist das Spiel echt strange. Ich muss jetzt Zerstörung trainieren. Haha. Na, ist daneben gesprungen. Barbarz. Erinnert mich irgendwie an Barbarz. Argonischer Blutwein. Oh, der ist ja übel heftig. Nice. Na ja, geh noch weiter, Bro. Alles gut? Oh, ist sie gut? Okay, hat nichts mehr entdecken gereicht, darüber zu latschen. Aber ist denn dieser Schrein? Der ist ja 5 Kilometer fucking nochmal entfernt. Ist ja unglaublich. Das war hier, wo die mich die Banditen überfallen haben. Beziehungsweise überfallen wollten. Was machst du? Alter, damn. Wie weit ist das bitte weg? Ist das schon weit zum Laufen? Alter. I ain't fucking serious. Hier ist ja mein Haus, gell. Haus Sieblick ist hier in der Nähe. Da drüben steht's. Da steht's. Das größte Haus. Das beste Haus in der Geschichte der Menschheit. Den Elch brauchen wir. Für eben besagtes Haus. I'm sorry, Bro. Ich brauch dein Geweih und dein Fell, glaub ich, auch. Nehm einfach alles. Heilige Scheiße. Wie weit ist das? Und da ist noch einer. Und noch einer. Verdammt. No. Als ob ich zu viel trage. Willst du mich verarschen? Wir wechseln jetzt einfach auf einen anderen Stiefel. Snipe, Snipe, Snipe. Okay, nice. Damit müssen wir theoretisch drei neue Sachen bauen können. Sehr gut. Aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Das tue ich alles in diese Truhe rein. Und dann kommen wir irgendwann nochmal mit 20 Stahlbaren und 40 Eisenbaren dahin. Alter, das ist halt legit fucking Festung Helgen hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich es selber rausfinden muss, wie dieser Schrein ist. Kann das sein? Die Schrein ist echt durch. Hm. Also, für mich macht das nicht viel Sinn. Oh. Was macht er jetzt? Ich muss nochmal mit dem Quatschen. Oder läuft der mir einfach nur hinterher? Ne, oder? Der läuft schon von alleine. Na ja, der läuft schon von alleine. Also, ich kann das nicht selbst bestimmen, wo wir hingehen. Ich verstehe es nicht, weil der Schrein ist doch nicht in der fucking Burg Helgen. Oh, fuck. Nicht, dass die denn noch gehen. Waren wir hier nicht, schau mal. Und haben gegen Banditen gekämpft? Ich glaube schon. Wow, dafür bin ich jetzt ernsthaft hier hochgekommen. Dude, ich bin jetzt ernsthaft hier hochgekommen. Oh, thank you. Thank you. Thank you, next. Thank you. Okay, ich soll nicht zu viel singen, sonst wird es noch gekopierig. Striked. Kappa. Hey, lass mal einen Dog in Ruhe, boys. Oh, da ist der Banditenmaradeur. Oh, da ist sogar ein Bandit, der zaubern kann. Das ist ziemlich selten. Ich hoffe, der kann nicht draufgehen, der Hund. Sonst wären das vielleicht zwei gescheiterte Quests. Ja, wenn die sich nicht wehren, dann sind sie ganz schön schwach. Denkt man gar nicht. Okay. Jetzt gehört er wahrscheinlich durch das Tor, oder? So übertrieben weit weg, ohne Scheiß. Muss ich sogar aufschließen, das Tor, RIP. Nach ihnen, Sir. Ja, was ist's? Oh, läuft der jetzt woanders hin? Naja. Alter, ohne Scheiß, wir sind halt... Schau ich das mal an, wie weit wir von Falkenring einfach weg sind. Weil die Quest ist ja nicht mal ansatzweise in der Nähe. Und zwar mit diesen ganzen lästigen Unterbrechungen immer noch dazu. Richtig crazy. Jetzt bist du hier schon Schnee bedeckt. Äh, der Rot-Falken... Äh, der Rot-Falken... Irgendwie, ich glaube, ich mache was falsch. Ich würde sagen, wir latschen jetzt noch ungefähr... ...zwei Minuten. Das ist wahrscheinlich noch mal so ungefähr... ...ein paar Kilometern entspricht. ...auf der Skyrim-Map. Und wenn wir da nicht da sind, dann... ...weiß nicht, ich glaube, dann schaue ich lieber noch mal nach. Ob man hier wirklich dem Hund folgen muss. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass man's muss, weil... ...wie gesagt, er läuft ja von alleine. Und das heißt ja quasi, du musst ihm folgen. Und ja. Oh! Ja, nice. Wir sind da. Ja, die verkauft mir vielleicht endlich mal was, was ich brauche. Ah, nice. Tatsächlich verkauft sie mir das echt. Sehr gut. Ach, verdammt. Ich hab vergessen, dass ich voll bin. Aber gut, die Drachen sind knorren. Können wir wieder wegwerfen, theoretisch. Vampirdiener? Sagen wir nicht, der Vampir, den wir suchen, ist in dieser... ...Höhle. Hoffentlich verwandeln die mich nicht hinein. Das wäre ziemlich an Lucky. Du hast dich infiziert mit Sangori Nare, Vampires. Leck mich, Alter. Leck mich. Nicht schon wieder diese Drecksscheiße. Hase Vampires auch sehr. Also, seit wir kein Vampir mehr sind, ich weiß gar nicht, ich hab mich ungefähr nie wieder aufgeregt darüber. Holy shit. Gut, okay, ist logisch. Ich mein, wenn ich kein Vampir mehr bin, dann muss ich mich auch nicht drüber aufregen. Aber ja, es ist echt crazy, wie sehr das aufkommt. Vor allem ist es halt... Sicherlich ist es nicht schlecht, also es hat schon seine Vorteile. Aber im Großen und Ganzen ist es halt schon ziemlich nervig. Vor allem, wenn du diese Vorteile halt nicht gerne nutzt, weil es halt einfach nicht dein Kampfstil ist. Ist ja dann einfach blöd. Aber ich würde fast sagen, wir machen hier an dieser Stelle mal kurz einen Cut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, rein, leckens, einschalten und ciao, ciao. Bis dahin, macht's gut, rein, leckens, einschalten und rein, leckens, einschalten und rein, leckens.